Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Together Hunger Games Minecraft Hunger Games Mit dabei wieder der Danny Oh Und ich Jo, die Runde startet gleich Weißt du, wie weit wir kommen? Gründer Superman? Creeper Superman? Creeper Superman So, okay, da ist da drauf Schlüssel Glüpfer In Cape, nischt Hahahaha Pillig Oh yeah Schade, dass es hier keinen Spiegel gibt, dann kannst du mal deinen hässlichen Skin sehen Was? Schade, dass es hier keinen Spiegel gibt, dann kannst du mal deinen hässlichen Skin sehen Hier sieht man meinen Skin Nein, es geht los Loll Loll, ich bin im Wasser Ja, Richtung Sonne, oder? Wo ist die Sonne? Äh Da wo die Sonne ist Ja, ja, ich sehe sie Ah, nee Andere Richtung, da spürst du Okay, genau Gegengesetzt Wie viele diesen Lombard-Check mitnehme Ja, gut Hä? Jetzt da Jetzt da hab ich, ähm, ja Jetzt hab ich, ähm, Schwäche Jetzt ist Tag Vielleicht war das vorhin ein Bug Und denk dran Dann Nicht so viel Sprengen Ja Mare Ich baue schon Trees ab Oh Bist du mich irgendwo? Ja Scheiß hat nur geklappt, ich wollte ihm das Holz weg, Snacker Kommst du mir und Snack mir das halt Ah, hier ist ein Schweine Ja Loll Komm schnell Hast du es ja Ja Warum treffe ich das nicht? Ich mach schonmal, äh, hier Werkzeug Ja Ja Wie viele Sekunden noch? 30 Ja Ist da neben uns jemand? Ein Schaf Ja, okay So Gehen wir direkt runter? Ähm Ja Hier ist ein Spitzhacker Hier, oder? Ja Und Abwärts Ich hör sogar ein Zombie hier Ja Jetzt geh ich direkt an der Höhle Ja, ja, gehört Plupp tot LoL 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 Das hat sich fast bewahrheitet Ich mach einen Ofen Kann ich noch nicht? Ich brauch noch zwei Steine Weg da Ah ok, danke Ja Äh, duck dich, da hinten sind Spieler, zwei Stück Ich mach einen Ofen schnell Und ich fang an mit Eisenabbau Hier ist Eisen Ach, glaube ich von der Spitzhacker erst Stein Ach so Ich brauch Holz Ich brauch Stein Ein Lichtstein Ja, Lichtstein Idiot, hab das Holz glaube ich Obeliege lassen Also Ausfasse Oh Vielleicht gibt's Licht Sorge Sorge Habe ich dir schon ein Stein Schwert gemacht, Neger? Nein, hier hast du Eisen direkt Ach, scheiße Ach, scheiße Ach so, ja, ne, gut Ja, noch einen Ofen Ja Ich hab Angst, hier die ganze Zeit stehe zu müssen Ja, scheiß drauf, wir haben hier fünf, vier Eisen Ja, super, es nützt uns auch nix, wenn sie uns gleich tot schlage Ja, dann nicht, ne Ich hab keinen Stein mehr Ne, wir sind in der Höhle Ach so, wir können selber abbauen Ja Ah, ja, ist ja gut Ich bin halt gewohnt, dass du mich schön versorgst mit Stein, Cola Ich hab mich nicht schön Von Eisenschwert, da hinten sind Sklette Was soll ich jetzt machen, Ofer? Na, ich hau die Sklette schon Warte halt Ah, hast du noch, ähm Hast du noch, ähm Wie heißt's? Was? Ähm Hab's vergessen, was ich sagen wollt Was wollt ich sagen? Hast du noch Holz? Ja Ja Da liegt dein Eisenschwert Da liegt dein Eisenschwert Fünf Eis, Hammer Was kann man mit fünf Eisen machen? Ne Ich hab noch Eisen, ich komm gleich Schau mal einen Helm Ne, jetzt bin ich wieder stark und das ist stark Ha, stimmt, war's nicht mit diesem Werwolf Jetzt ist übrigens fertig Abgekocht Jetzt ist übrigens fertig Abgekocht Dein Schwert hier despawned, ey Mega größer, große Höhle Wo ist das Eis da hin? Achso, ich hab ihr einen Helm gemacht Fünf Oder ich komm zu dir, weißt was Ne, ich komm gleich da Okay Die Höhle ist echt riesig Hast du auch Ding mitgebracht? Was? Cola? Ja Ja Danke Bist du das? Ja Paranoid, ey Schon wieder so scheiß Erde Da Ne, die Geräusche Ganz schlimm Ja, ja, ich duck mich ja gleich wieder So Ja Kann ich das dann eisen Oder soll ich nochmal los starten? Es reicht für eine komplette, ähm Eisrüstung, glaub ich Erstmal fackeln her Aber da wird zwei Wolle Würde ich sage, du gehst nochmal Ja, jetzt warte ich kaum mit Ja, komm Jetzt warte halt kurz Meeensch Bist du das? Ja Ja Sechs, siebe Vorig, glaub ich, oder? Vor acht Ungeduldig, ey Schlimm mit dir Ja Ja, ja Hey, das, der, das scheiß, äh, Ding spinnt total Jetzt bin ich wieder schwach Und wir haben noch Tag Hm Ich mach einen Eimer noch Das Eis ist gleich durch Das Eis ist gleich durch Ja, da, komm mal her Achso, warte mal Da war der Ofen hin Achso, brauchst du? Ich hab hier noch zwei Mach's nicht so laut Mensch Nachher höre uns die Nachbarn Guck mal, wo aber der nächste ist Ah ja, stimmt, ja Da hinten Oder wollen wir direkt hochgehen und die Leute weg snacken Ja, genau, mit, mit Helm und, und T-Shirt Ja, okay Ja, genial So, wo ist denn hier so viel Eis, ha? Ich muss mal erzählen Hier ist schonmal was Eins Zwei Drei Vier Ich hab auch Also sammeln noch mal so 10 Ja, lieber 12 Eiser Und ich auch, ne Hammer Ich hab 9 schon Loll, ne Spinne Loll, ich hab die hier die ganze Zeit gehört Ah, hier ist auch einer Shooters Ah ja Hose und Schuhe Hose 1 ist fertig Sichern, weil ich gerade schwach bin Obwohl es nacht ist Ah je, oje Reicht nicht Brauch ich 2 Eiser, oder? Ich hab hier eine Eiser Ne, es reicht nicht, es fehlt glaube ich 2 Eiser Ja gut, die hol ich Ah, bring lieber wegen Mermel Oder 1 Eiser Fehlt sogar 2 Alter, hab ich die Maus gerade verletzt Dreck, Zombie Fick die Henne Was fehlt denn du, hau ab Oh, der hat es voll gelassen Alter Alter 1 Eise fehlt Ne, stimmt gar nicht, 3 Eisefähne Nein Oh Gott Null Damage Okay, das ist gut Wo kam der her? Da ist deine Hose Kam der wohl her? Der ist hier direkt wahrscheinlich vor unserer Nase gespawnt So dumm wie es hier ist Alter Ich glaub schon nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe ey So, da sind deine Schuhe Volle Eiserüstung Da Jetzt brauchen wir noch Lava Machen wir dir noch einen Eimer Hat's da geleuchtet Da ist der Eimer Da ist der Eimer Ach, du haust natürlich wieder ab Du Lava Creeper hinter dir Kein Damage Da ist der Eimer für dich So Fleisch habe ich noch 3 Stück Wie viel hast du? Keins Ich gebe dir 2 Ja Ja, was machen wir? Fall mal Lava war oben, ja Also die Taktik mit der Lava hat letztens Habe ich da überhaupt aufgenommen? Ne, habe ich nicht Scheiße Die hat ziemlich gut geklappt, die Taktik Bist du hinter mir? Ja Aber nicht zu schnell laufe, bitte Ja, wir sind bei hoch Weiter an oder so? Mit Holz hochbauern Ich habe Holz ganz viel Ja, ich habe gar kein Holz mehr Außer 14 Stück Ne, doch Nicht mit dem Holz Verschwenderisch kann man nicht sein Oh, und da habe ich's Holz fliegelassen Stimmt, ja Entschuldigung Na ja, ist doch wahr, also schäm dich Ich bin natürlich schwach, oder? Das kann nicht wahr sein Ja, es ist Finstrasch danach Und ich bin schwach Und zackräglich Dahinter leuchtet's So, der nächste Ist das Lava? Ist das Lava, wo dahinter leuchtet? Ist das Lava, wo dahinter leuchtet? Lava Einmal Füller Und dann nix wie nach ober Wie nach oben Ja Nach ober Halt hochbau, oder? Ach, esse bräuchte man, aber Pilzbiom werden Hast du Lava gefüllt da in Eimer? Ja Pilzbiom werden Schlecht zu meins Mal machen Oder wollen wir gleich Zum nächsten Gegner Den weg snacken? Ja, nachher Wie gut ist der ausgerüstet, ey? Ich weiß ich denn nicht Also in die Richtung, wo wir gehen Sind keine Gegner Nö, da oben steht einer Hä? Rechts oben Oh Mach mal deine Sichtweite höher Da oben steht einer Da auf dem Turm hochgebaut Hat er Eiserüstung Eiserüchter Aber nicht komplett Hose und Hose Ja, aber hinter uns Der ist näher Ja, ne Ja Laut dem Ding, ja Ja gut, aber den Den sehe ich hier sogar Gehen wir zu dem hin Der hinter uns ist auch oben Zwar da Na lol Und weißt du, was wir da machen können? Da gehen wir hin Das zündet mal an Ist das Ding komplett aus Holz? Ja Das ist komplett aus Holz Das zündet mal direkt an Ich kann Feuerzeug noch machen Nein Hast du Flint? Ne, aber wir können auch Lava raufschütten Ja, aber bis das Ja, ok Sprint ruhig Oder? Ja gut, wir haben ja Zeit Ja Nix abbaue Scheiß Scheiß Ich hatte das nicht gehört Kann man gedruckt gehen? Nein Mit Ja, hat er Was? Sag mal, der hat hier noch ein Standbein Ja gut, das fackelt ja Mach ruhig genug Lava Hast recht Und mach solche Dinger Dass es so fließt Wie so ein Ding Dann hört es nämlich nur mal auf Scheiße doch Das wird stark Ich werde wieder stark Ich hoffe, der ist da oben auch Pack mal einen Eimer jetzt raus Ich glaube, der ist gar nicht da oben Der rennt da vorne rum Der ist nicht da oben Der hat keine Richtung Komm mit Wo ist er? Da vorne In der Wüste In der Wüste Richtung Sonne? Ja, Richtung Sonne Du bist an den Griffen von der Spinner Ja, ich hör's Bist du da? Ja, gleich, ja Der hat sich ein Lava geschmissen Äh, der hat sich ein Ding geschmissen Ist er tot? Ja, er ist tot Ich hab Lava wieder voll, übrigens Ja, ich auch Ähm Warum hat er sich ins Feuer reingestellt? Das verstehe ich nicht Der nächste ist In der Richtung Wo das Ding ist Wo das Haus ist Da ist noch einer Oben? Ja, da ist noch der Süßen Hat der Flint dabei gehabt? Nein, das brennt nicht mehr Ich seh's auch Mach grad mal hier Brote aus dem Esser Doch, es brennt wieder Ja, es brennt! Guck Ja Geh mal hin Nachher springt er runter Ja, es überlebt er nicht Ja, sag das nicht Ja, ich geh Ja, ich komm mit Achso Wie geil So ein Idiot Hier liegt da schon was? Hat er runtergeschmissen Hier nicht Flint übrigens Oh, perfekt Guck, wie er Panik kriegt Ich schau oberst Sag, wer nach unten springt Ja, der ist noch oben Ach, er baut die Dinger ab Die brennen Ja, super Was machen wir jetzt? Uns hochbauen zu zweit Ganz schnell Ja, sicher Ich sag' Ich mein, wir können uns auch direkt um das Holz bauen Nichts mit das Ding nochmal komplett an Ich hab' ich schmeiß' dir mal ein Feuerzeug hin Ich hab' nämlich zwei machen können Okay Du musst dein Inventar weg leer machen Was, ja? Hab' ich schon Guck, wie er sich abbaut Kann man Hast du noch Hast du noch Cider? Ja, einen Dann gib her Ich kann mir einen Bogen machen Noch einen, hab' ich auch Der baut sein Zeugs aus Hab' ich Pfeiler? Nein, ich hab' keine Pfeiler Ich hab' auch keine Ich hab' die Workbench dahintersteht Der kippt einmal Lava runter Der kippt Lava runter Jo, der zählt sein Haus selber an Los, hochbauen Und fand's Sinn Jetzt warten wir mal ganz kurz bitter Ich muss Oh, ich hatte noch die Workbench Ich muss mir erste Progen machen Oh, da kommt einer Der baut sich hoch Auch hochbauen? Warte, warte, mal anzünden Ach ja, stimmt, ja Scheiße Er baut sich zu den anderen Typen hin Da kann mir recht sein Ich hab' den Boah, ich hab' den echt Erst im letzten Moment gesehen Pass auf, die Lava auf Ja Die sind alle mit Holzopan Wir müssen achtgeben, dass hier Keiner mehr kommt, gar Kann ich jetzt in Ruhe Mir nen Boog mal baue, Jungs, ey Ist ja gar nicht Find jetzt deine Wude, doch, Mann Hey, gib bloß acht Wenn der da runter springt Und dich runter schlägt Guckst du? Ne, ich guck grad nicht Ich baue mir grad nen Booger Ohne Pfeiler Ohne Pfeiler Bremd komplett Ist der da oben? Keine Ahnung Ich glaub, hier ist einer Rotte gesprungen Da hinten Nicht ganz viel Kram Ja, Rüstung liegt da hinten Ja, kann das ja Mal ein Rüstung, oder? Ich guck mal, ob der Pfeiler hat er Der Andritt baut sich immer hoch Aber das Feuer geht mit ihm hoch Fuck, jetzt hat's aufgehört, glaub ich Das Problem ist, der kommt dann immer runter Wir brauchen Pfeile Wenn ich Pfeile hab, kann ich den runterschießen Hat er Essig gehabt, der wo gestorben ist? Der wollte sich runter wieder Ja, kann er, der stirbt Da brennt der letzte Block Er kann in zwei Er hat Feuer gefangen Ja, ähm, warte mal Ich tu mal hier das Wasser zu baue Guck, ob er runterspringt Ja Damit er hier dann ins Wasser reinspringt Pass auf, neben der brennten Baum Fahrt er sich nach rechts Da hör mal, geht ihr das Holz aus Ja, sagt das nicht, wenn der dieses Zeug dabei hatte Ja, dann brauche ich mich auch nach oben Und Zünd das wieder an Ja, so Kann man sich dann Wie kann man sich denn nochmal Pfeile machen? Weil dazu braucht man Flent Ah ja, der hat die verzauberte Holzacker Axt Axt Jetzt fliegt er Und wenn er das weg macht Ne, der hat auch Rüstungssache Oh man, 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 man Dahinter ist ein Spieler Wo? Hinter uns Ich seh'n Geh mal hin zu dem Lass er den erstmal allein Ach, da ist diese Plattform, wo es spawnt Zwei, vier, sechs, sieben Spieler noch Da sind die Gegenstände spawne da in 30 Sekunden Bist du da? Mach ein wenig Ich bin auf dem Weg Fuck, ich hab damage gekriegt Hat er das jetzt gehört? Da ist er Lol, der hat auch einen Eimer Lava Idiot Erstaunt Er hat Pfeile dabei gehabt Hier sind die Kiste Guck was drin ist Verzauberung Diamanten alles Alter, ne, ist ja kein Wunder, wie die da jedes Mal rankommen Halt ausschauen Ja, ich kann grad nicht Ich guck, dass ich die scheiß Pfeile krieg Jetzt hab ich's noch Jetzt hab ich's noch Also Komm jetzt Da ist ein Diamantrüstungsstück drinnen Da ist noch ein Diamantrüstungsstück drinnen Da ist noch ein Diamantrüstungsstück drinnen Äh, ja Ich wirf dir einen zu Also Mit Kuh Mal gucken, ob hier noch einer ist Du hast den Helm Wir sind, ja Wir sind, du hast meine Brustplatte Wir sind nur noch zu Wir sind nur noch zwei Spieler Wieder zurück zu den anderen Typen? Ja Moment, ich hab Pfeile Ich hab sogar Pfeile und Boga Und TNT Geh mal zurück zum anderen Der ist schon nämlich Was denn? Da runter Nicht da runter Du hast genug Essen? Hade, ja Willst du auch was haben? Ne, ne, ich hab auch satt Ach, dann weiß ich Die Schnitzel Alter, wir machen das Das machen wir Ja, nicht so feuerlich Wir hätten das sprengen sollen, die Küche Dann nachher geht da noch jemand hin Rauschtet sich mit dem Restzeugs aus Ne, ich hab einen Ja, aber trotzdem Unsere Eisesache, Alter Also der nächste Äh, Nino, der nächste Da ist keiner mehr Okay Der nächste ist In der Richtung Welche Richtung? Guck mich an Ja Bei mir zeigt's da an Wo wir grad waren Ehrlich? Ja, ja, da, dann hier Pinuccio Jetzt Äh Immer grader aus Da vorne ist er, da rennt er Wir sehen Der fliegt Ne Ich hab'n Wurfdrang der Langsamkeit Tot So, jetzt der letzte Sonst sind wir die letzte zwei Der ist in die Richtung Ich hab'n Wurfdrang ausprobiert Warte mal, lass mich mal Scheiß auf die Wurfdränge Du wirst womöglich noch Selber getroffen Vom Wurfdrang Ähm Dieses Strange Strange heißt Stärke, oder? Ja Also ich hab'n Soll ich uns den anschmeißen? Äh Auffassen Was heißt Auffasser? Target Pointing Ja, wo? Wir sind zu zweit Wir sind nur noch Guck auf die Löscher Ja, hinter dir sind Dings Was machen wir? Komm, ich hab'ne Idee Komm mit Fickt euch, scheiß Spender Man macht Man kriegt sowieso nix So Scheiß Jetzt pass auf Wie wir's machen Wir blockieren den Server Die ganze Nacht Ja, genau So, bleib stehen Stell dich in die Mitte rein Moment, warte Geh mal weg Stell dich da in die Ecke rein So So, ich komm' zu dir Und jetzt Hast du dein Feuerzeug parat? Anzünder Oh, schuldigung Ich lebe Pornstein 70 wins Ja, perfekt Alter, ist Verlaber jetzt hier Nice Oh, yes 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 Die erste Hunger Games Wo wir gewonnen haben Verdient Perfekt Aber richtig Das haben wir gut gemacht Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen Und Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschö Tschö Tschö